Ich glaube, wir haben 40 Minuten ganz okay gespielt, aber leider haben wir wenig Goals geschossen aus unserer Chancen, die wir uns gespielt haben. Und im letzten Drittel haben wir es unnötig spannend gemacht, haben viele Strafe genommen, undiszipliniert worden und alles müssen wir abstellen. Ich glaube, wir gehen eigentlich in jedem Spiel gleich, das haben wir auch schon gestern gesagt. Wir haben gegen Schott von dort eine gute Leistung gezeigt und das ist unser Standard, den wir haben. Ich glaube, wir bereiten uns gegen jeden Geben gleich vor und das Mindset muss immer gleich sein. Wir sind tot motiviert heute Abend, um gegen Winter zu spielen. Wir haben eine super coole Retro-Leibchen für heute Abend. Wir haben ein Christmas-Game und wir freuen uns aufs Vollstaat und eine gute Spiebung. Es war jauh, dass wir das ein kleines Geben haben verschnaht. Wir haben ein kleines Geben. Wir haben es schon mal gleichzeitig einen Kleine gespielt und das Objektiv ist. Wie will das nur noch sein? Bis zum nächsten Mal.